Mrs. Caroline Robinson Wenn sie will, ist es still, nur die Tunguhr schlägt Mitternacht, die Sonne lacht und Monschnacht unentwegt Ein Wunder ist geschehen und niemand kann verstehen Warum, weshalb, wieso? Es ist heut' Hexenshow Mrs. Caroline Robinson ist für Männer die Sensation Sex und Spiel statt Wesenspiel, seit sie von dem Wesen fiel Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television Schwebelgraf, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach Wenn ein Hund ohne Grund einmal Zeitung liest Ingeniert, die Frau studiert, glaube, was du siehst Ein Wunder ist geschehen und niemand kann verstehen Warum, weshalb, wieso? Es ist heut' Hexenshow Mrs. Caroline Robinson fliegt nun mit einem Luftballon Denn sie hat den Wesen satt als Nobelhexe dieser Stadt Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television Schwebelgraf, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach Mrs. Caroline Robinson ist für Männer die Sensation Sex und Spiel statt Wesenspiel, seit sie von dem Wesen fiel Mrs. Caroline Robinson, die Telepathie und Television Schwebelgraf, Chanel und Bach, Mode macht sie schwach Ich habe die Sensation